Der Grund war eben das Reisen. Mitunter eines von den spannendsten Projekten war dann in Saudi-Arabien. Ich bin Andi, bin seit fast 30 Jahren bei der Firma Braun tätig, habe dort die Lehre zum Anlagenmonteur gemacht und nach dem Zivildienst bin ich wieder zurückgekommen zur Firma Braun. Ich habe dort mein Erlerntes umsetzen können auf die Montagen weltweit. Es ist ein sehr familiärer Betrieb. Es ist halt ein sehr angenehmes Miteinander mit den Mitarbeitern. In Ebensee haben wir auch ein spannendes Projekt gehabt mit einer stehenden Surfwelle. Aber am besten schauen wir uns das vor Ort an. So, jetzt sind wir da in Ebensee bei der Riverwave. Die habe ich selber montiert vor einiger Zeit. Sie besteht aus zwei Stauklappen. Die erste Stauklappe staut das Wasser auf und die zweite Stauklappe macht dann die Welle, auf der die Surfer dann hin und her surfen können. Wenn du eine Leidenschaft für Maschinenbau, Elektrotechnik und eine Karriere bei Braun als Monteur starten möchtest, dann bist du bei uns genau richtig.